Hallo, 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 herzlich willkommen zu Shakes and Fidget, willkommen dazu, ich bin der Lars und ich grüße euch ganz herzlich zu diesem weiteren Part, auf diesem wunderbaren Kanal, war das so, ich glaube schon, ich habe das tatsächlich schon länger nicht mehr aufgenommen, deswegen weiß ich gar nicht mehr meine eigene Begrüßung. Und wir sind zurück bei Shakes and Fidget, lasst mich nicht lügen, keine Ahnung, wie viele Jahre es ist her, wo der letzte Part gekommen ist, ihr wisst es bestimmt, wenn ja, schreibt es in die Kommentare, es ist schon sehr, sehr lange her, über ein Jahr locker und W23, wir sind ja auf W23, Welt 23, international sieht man da oben rechts und was ist hier passiert, es gibt eine neue Klasse. Kurze Run-Story zu dem ganzen hier, ich wollte das Ganze schon vor einer Woche machen, vor einer Woche und seitdem ich mein PC auf Windows 10 drauf geballert habe, bzw. Windows 10 drauf geballert habe, lief es wie Scheiße, so richtig, richtig, hmmmm, not nice. Genau so, ich habe die Buttons auch wieder, geil, oder? Darauf auf jeden Fall erstmal, oh yeah, Windows 10 drauf geballert und es lief halt gar nicht, deswegen jetzt wieder, Windows 8.1 ist hier am Start und ich habe eine Woche gebraucht, um alle Daten zu sichern, ganze Programme wieder und dies und das, weil ich zur Zeit auch viel nebenbei mache, so Real Life technisch, kennt ihr ja, ne? Last Real Life, ja, naja, ist ja egal. Und deswegen sind wir jetzt wieder zurück hier und werden uns etwas in Shakes and Fidget hier umsehen und schauen, was ist Neues, Tolles, Grandioses und richtig Sexy, Nices, Tolles, Geiles, Nice, hier gibt es natürlich, ja. Ebenso, wie werde ich das Ganze machen, ich denke mal, die ganzen Events und so weiter, werde ich natürlich voll durchknallen, Pilze rausballern, bis zum Gehtnichtmehr, YouTube-Money, was auf jeden Fall nicht am Start ist, wird ausgegeben, wir hauen alles raus, bis zum Gehtnichtmehr und sonst werde ich das wie früher machen, und ich denke mal, ich werde meine Alu spielen und dann nach der Alu quasi nochmal meinen Part runterreihern, so wie ich es halt immer gemacht habe und dann das Ganze präsentieren. Ich hoffe, ich kann das noch, wenn nicht, tut es mir leid. Und bei, ja, Epic-Event, ich weiß gar nicht, wer letztes Event war, ich hoffe, kein Epic-Event, Epic-Event, Bettern, bis zum Gehtnichtmehr, Raushauen, alles, Leute, YouTube-Money läuft, ihr kennt es ja, ne? So, wir schauen mal kurz in den Dungeon, wie gesagt, ich habe das schon mal ganz so geöffnet, geöffnet, nicht geöffnet, den Dungeon geöffnet, ich habe schon mal einen Part aufgenommen und dabei, ja, ist halt alles abgekackt und es lief halt nicht und deswegen musste die Aufnahme oder wurde die Aufnahme zerstört bei der Formatierung und ich habe schon ein bisschen gespielt, wir schauen kurz auf unseren Charakter, der ist hier, ich bin der Lars Z.L.P. natürlich hier, oh, ich habe hier Sachen, die ich gar nicht angezogen habe, warum? Weil ich es kann, gar kein Ding für den knusprigen King. Also haben wir hier Ausdauer, geile Scheiße hier, nehmen wir mit den ganzen Rotz hier eine ringere Sau in der Hand, alte Diva hier, muss immer Ringe tragen, mein Trank des ewigen Lebens läuft sogar noch, die anderen Tränken sind einfach alle ausgelaufen, warum? Weil ich es kann, wir schauen mal kurz, wir werden kurz ruhig blättern hier, hier Geschick, was brauche ich denn überhaupt? Was ist ja neue Klasse, der Assassin, Assassine, ich bin hier Assassin's Creed mäßig am Start, ich glaube ich brauche Geschick, Geschick. Geschick ist Hauptattribut für Kundschaftler und Assassinen. Es erhöht den von, den, den von dir verursachten Schaden, das heißt hier, nehmen wir uns, gönnen wir uns einfach die ganze Scheiße, brauchen wir noch kurz hier ein Sammelalbum. Nice! Kurz mitgenommen hier, 25 Gold, läuft auf jeden Fall, passt genau vom Gold her, ne? Leute, das wird ein guter Tag auf jeden Fall und ein guter Part. Ähm, ja, hier fehlt noch Ausdauer, geil, Ausdauertrank, ich weiß gar nicht, was ich eigentlich machen soll hier. Äh, kaufen wir uns noch und wir können halt, äh, der Assassine hier kann halt eben zwei Nahkampfwaffen tragen und richtig rasieren gegen den Strich mit Benzin, ah man, na goi, so richtig geil, so richtig, ah, genau so kann er rasieren. Und, äh, ja, ich habe gehört, wenn man angreift, wir testen das kurz, dass er sogar zum Anfang zweimal schlägt, also kann man jemanden one-shotten, wenn man anfängt, beziehungsweise two, hitten, aber im ersten Runden basierenden Angriff. Do you know what I mean? I not English good. Greifen an hier kurz, yeah. Arena-Kampf, willst du gegen? Ja, ich will angreifen, scheißegal. So, eins, zwei, siehste, gar kein Ding hier, so easy läuft das, zwei Hits hintereinander, das ist schon eine richtig geile Schlagsahne, als wäre fast mit einer Kirsche obendrauf, komm, hier noch eins und zwei und weggebrumst, zwei Gold gegönnt, gar kein Ding hier, läuft. Ihh, oh Gott, ist die hässlich, die würde ich so gerne, so gerne befriedigen, was? So, wir schauen mal kurz hier, SA läuft auf jeden Fall, Glücksrad, können wir auch dran drehen, komm hier, wir drehen am Rad, da guckt da wieder der Junge, der Junge her, weil der Araber hier, Terroristen am Start, ja, alles gleich hin. So, Pets, was hier, kann ich nicht, Stall, ich hab mein Reittier auf jeden Fall noch am Start, das passt, sehr, sehr geil, Pilzdealer, ach, hier hab ich doch ein Ding sitzen, Leute, YouTube, man, die läuft, da hab ich so viel, so viel Pilze am Start. Ja, deswegen würde ich sagen, äh, gehen wir kurz Dungeon, Dungeon-Luki-Luki machen, nee, erstmal hier auf, 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 äh, Blättern und uns in Ausdauertrank können, da ist er doch. Sehr, sehr geil, so gefällt mir das, das auf jeden Fall, nice, ich hab diese Tasten vermisst, ne? Wir werden mal kurz durchgehen, für alle, die noch nicht wissen, welche Tasten es gibt, ich weiß es selber nicht mehr, also, wenn ich F1 drücke, öffnet sich bei mir, äh, in Windows die Hilfe. Ich weiß gar nicht, ob bei F1 auch belegt war, deswegen fangen wir an mit F2. Ist das hier, sehr, sehr schön. Ja, ganz ruhig. Das ist auf jeden Fall ein Fail. Sehr schön. Auch noch, was haben wir hier? Mmh, jetzt kommt nice. Not nice. Und der und F12 ist nicht belegt, alles klar. F1, weiß ich nicht, werde ich später abchecken im Programm, ob da irgendwie, dass ich das ausstellen kann, die Windows-Hilfe, vielleicht gibt's da irgendwas noch, ich weiß es nicht, hab ich, war früher, für ganze Leute, die ganz früher immer Check-the-Fidget gesehen haben, fehlt was? Wenn ja, in die Kommentare, ihr wisst Bescheid, ich lese alles, ich beantworte alles und ich rasiere alles. Warum? Weil ich's kann, so. Komm, loslegen hier, ne? Ne, erstmal jetzt hier, ich will mal kurz ein Dungeon testen. Schaff ich da schon was? Gespenst. Schaff ich ja nicht mal ansatzweise, hat mich ja komplett zerstört. Mal in der Fresse, ist das eine Demütigung? Alter, ist das peinlich. So, egal, wir gehen mal jetzt hier erstmal, erstmal Taverne. Übrigens, ähm, Schlüssel. 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 Übrigens, gildentechnisch, hier, gibt's noch nicht, ich überlege, ob wir die Zuschauer wieder gründen sollen oder nicht. Dazu die Meinung auch gerne in die Kommentare. Und ich werde einfach alles überspringen, weil ich's, weil ich's abpassen möchte, beziehungsweise für den Part. Ne, sonst langweilig. Ich könnte auch jetzt einen Cut machen, erst Alu spielen, aber das Video so schnell und rechtzeitig kommen, meine Damen und Herren. Ich hoffe, das passt doch alles. Von der Belichtung her, bin ich irgendwie, irgendwas Grünes hier. Hab ich irgendwo was Grünes? Wegen Greenscreen und so weiter. Ist, äh, Tontechnisch, ich könnte alles raushauen im ersten Part jetzt hier, beziehungsweise nicht im ersten, sondern, welcher Part ist das eigentlich? 5.800, ne, so weit war ich nicht. Auf jeden Fall 600, 700, 800? Wo war ich denn? Ich weiß es auch nicht mehr. Leute, ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß nix. Ich bin ziemlich doof geworden. Hier, 4 Minuten 9, nehmen wir mit dir. Abgekürzt, richtig geil. Was haben wir hier noch? Auf jeden Fall müssen wir heute einen Dungeon schaffen, in diesem Part. Das ist Pflicht. Das ist aber sowas von Pflicht. Wenn nicht, werde ich mir, äh, definitiv ein Ei abschneiden. Das ist mir, nein, komm, jetzt haben wir noch hier 500, 521, nehmen wir auch mit dir. Überspringen, geil. Storf, die Stars, 1300, not bad, nehmen wir mit hier. Böser Bandit, na klar, was willst du denn von mir? Und die Pilzmaus, die Pilzmaus ist auch nicht am Start, die muss ich auch noch wieder raussuchen. Ich hoffe, ich hab die noch irgendwo. Wenn nicht, muss ich wieder, ähm, auf die Suche gehen im Internet, ob ich eine Pilzmaus finde, weil die fand ich auch immer cool. Jetzt ist die Maus aus, seht ihr ja selber. Aber mit normaler Standardmaus, bei SF, ist halt nicht so geil, ne? Ist nicht so geil, kann ich, einfach so. Ich fand den von den ganzen Scheiß hier zum Überspringen. Läuft ja bei mir, läuft ja richtig. Hier, zwei, sechs. Ich hab nur noch vier. Geil, kurz Dungeon abgecheckt und der zweite ist offen. Wo bist du denn, Nummero zwei? Ich hab den nochmal geöffnet, kann das sein? Das geht. Früher waren die Keys ja auch viel mehr wert, da konnte man ja die Keys sammeln. Wisst ihr noch, ganz früher, Keys sammeln, raushauen, skillen bis zum Geht nicht mehr und dann einfach nur komplett alle in den Arsch treten. Das ging ja jetzt nicht mehr. Das ist ja alles vorbei hier. Wir haben das zugelebt. Filterscheiße. Weißt du, warum wir jetzt denn dazu? Spiel, warum? So, hier ein bisschen reinskillen, die ganze Rotze. Kennen wir ja. Und altbekanntes Mittel bei diesem Game. Scheiß auf Nebenattribute ist immer gut. So, kurz überspringen. Ich bin unruhig, die Grench. Killerspiele. Na klar, Shakespeare, das ist sowas von Killerspiel. 4,30. 1,3, 1,5. Nehmen wir 1,3, überspringen wir die Kiste. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ist ja fast wie, ist ja fast hier wie Happy Hour. Aber nur fast. Überspringen. Dankeschön. Schumacher ist am Start. Der Schumi. Kennt er den Schumi? Ja, kennt er, ne? Den hat sie auch richtig kacke erwischt. Kein Mensch weiß, was mit ihm abgeht, aber scheinbar leider, leider, leider kein so schönes Happy End bei ihnen am Start. Ich würde sagen, wir blättern kurz ein paar Waffen oder so raus. Wir haben ja nur Scheiße hier. Und ich meine, es muss vernünftig hier losgehen. Wir müssen Pilze rausballern. Leute, wofür bin ich denn hier? Ich bin dafür da, um Pilze rauszuhauen. Dann ist das Spiel doch langweilig. Oder? Ja, doch. Müsst ihr jetzt so. So, wir brauchen auf jeden Fall Geschick. Wir brauchen Nahkampfwaffen mit Geschick. Das ist wirklich sehr interessant. Was haben wir denn hier? Nur, ja, Stärke brauche ich nicht unbedingt. Berüstung hier. Geschick 4 ist schon mal eine Hausnummer. Für zwei Gold nehmen wir mit. Dankeschön natürlich für das SA, deswegen habe ich mir das Ganze gekauft. Das ist jetzt hier Rüstung, Rüstung. Ich kenne Waffe. Jeder weiß, auf dem Level blättern ist einfach nur der größte Scheiß, den man machen kann. Aber die nehmen wir noch mit hier. 7, 9. Alter Schwede. Alter Schwede. Ich weiß gar nicht, ob das ändert sich was vom Angriff. Wir schauen mal kurz. Also Angriff. Schaden. 236. Ändert sich nichts. Aber, 1,50 bis 66, 259. Wenn ich switche, Ganze quasi andersrum. Also es ändert daran genau nichts. Okay. So, weiß nicht. So, und werden gleich mal kurz ein Dungeon versuchen, nachdem wir jetzt drei Minuten gewartet haben. Sonst, wir gucken mal kurz auf Charakterlisten allgemein. Ist denn hier ein, äh, beziehungsweise hier Ehrenhalle. Ist hier jemand dabei, den ich kenne? Wir schauen mal kurz. Platz 1. Platz 1 sollte eigentlich Zuschauer-LP sein, aber ist er nicht. Goldrahmen gegönnt. Und guck mal, die ganzen Assassine hier. Assassin. Wie nennt man das? Assassine, Assassin. Wie soll es aussprechen? Ich weiß es nicht. Guck mal, die sind hier ganz oben. Sind die OP? Sind die OP? Habe ich die OP-Klasse ausgewählt? Ich hoffe nochmal. Alter, das ist natürlich schon ziemlich geil. Aber dadurch, dass man wirklich hier zwei Slots hat, muss man auch mal blättern. Ne, ist euch schon mal aufgefallen? zwei Waffen zu bekommen, beim Blättern ist, äh, doof. Ist richtig doof. Ich hoffe, dann wird auch, wenn man mit dem Blätter die Wahrscheinlichkeit erhöht, Waffen zu finden. Wenn nicht, wäre es noch pilzintensiver, dieses Spiel, wenn man diese Klasse auswählt. Sonst, was hat er hier am Start? Uh. Glubsch, Glubsch. Der Glubschäugiger Ring hier. Überwacht sie jetzt noch umfassender, als ihr Smart, ihr Smartwatch. Kenne ich gar nicht. Vom Bild her. Es gibt ja scheinbar auch neue Epics. Wir gucken mal kurz. Das ist alles hier nicht neu. Irgendwas Neues hier. Oh, Chicken Master 3000. So ein geiles Ding war das. Unfassbar. Das ist wieder Chicken Master am Start. Auch noch hier Epics, die ich alle kenne. Naja. Guck mal, was der hier hat. Geschickt plus 336. Warum nimmt der die Waffe? Weil die so einen krassen, äh, Durchschnittsschaden hat? Oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, scheinbar ist der Kollege ziemlich gut, aber wir haben einen Goldrahmen. Wieso kauft man sich einen Goldrahmen? Wisst ihr was? Ich kauf mir jetzt auch einen. Warte, wo ist die Einstellung? Ich muss einen Goldrahmen und, ne, vielleicht beim nächsten Part. Ich werde jetzt überlegen, ob die Pilze, ob die rausgeballert werden müssen. Goldrahmen, ich weiß nicht. Die pure Pilzverschwendung, macht kein Mensch, aber hat halt Style, ne? Hat richtig Style. Und deswegen ist es nice. Oh yeah. Ja, 1 Minuten 20, geil. Sonst, also gildentechnisch weiß ich nicht. Müssen wir gucken, wie sich das so entwickelt. Was war hier nochmal? Neben dem Greifendrachen. Das hier Gilde? Ich glaube schon. SA hier sammeln wir schon mal gut. Das ist sehr, sehr akzeptabel. 163, äh, 163, 1,63%. Ist okay. Nehmen wir mit. Sonst, ja, Spiegel habe ich nicht. Eine Kuh brauche ich nicht unbedingt. Ich habe hier anderen Kollegen. Pets brauche ich, Stufe 75. Pilzdealer, ja, brauche ich auch nicht. Ich habe es ja noch dick gesitzen. Gilde, ja, alles gleich. Ehrchen, Ehrenhall. Ich wollte nach Namen schauen. Und zwar, Spiele-Trend. Spiele-Trend ist am Start, aber scheint nicht der Richtige zu sein. Ich würde mal sagen, er heißt Daniel. Nein, heißt er auch nicht. Er heißt nämlich Schilling. Meine Fresse. Schilling, Gruß geht raus. An den Bro auf jeden Fall Schilling. Daniel, wenn du am Start bist, ich grüße dich. Bist ein krasser Dude. Ähm, ja, ist okay. Das ist er. Das ist er. Er kann nicht sofort an seiner krummen Nase. Und an seinen leeren Blick. Nein. Ja, das ist der Schilling. Wen gibt's denn noch hier? Übrigens, mein Name ist natürlich auch weg. Ich meine, Leute, ihr wisst ja, ich bin so ein, ich bin so eine krasse Shakes and Fidget-Legende. Eine Legende. Ich muss eigentlich in die Ehrenhalle von SF einfach immer Platz Nr. 0 eingetragen werden. Sobald ein Zerber startet. Zuschauer-LP, krassester Spieler ever. Wir lieben dich alle. Aber, ja, geht halt nicht. Wisst ihr noch, wo ich einmal ID 1 hatte? Das war geil. So, Taverne ist fertig. Sehr gut. Backload wurde auf jeden Fall zerstört. Den Rest gehen wir rein. In Geschick, Ausdauer, Geschick, Ausdauer, bisschen Glück hier, bisschen dies, das, Ananas. Hier noch ein rein, da, da, da. Und dann gehen wir kurz in die Festung. Nein, in den Dungeon. Die Festung ist ja auch neu. Greifen wir an. Und gewinnen immer noch nicht. Gewinnen immer noch nicht. Warum? Die machen gar keinen Schaden. Die machen keinen Schaden. Die machen keinen Schaden. Die machen keinen Schaden. Die hauen unsinnig Pilze raus. Die machen immer noch keinen Schaden. Okay, das lohnt sich nicht. Ähm, lieber weitermachen. Also trotzdem schaffen wir in diesem Part noch mindestens einen Dungeon Gegner. Ich kann's nicht mehr. Ab welchem Level gab's noch mal die etwas größeren Tränke? Ich weiß es nicht mehr. Warum? Vergessen. Ja. Ne? Wissen wir alle. Das ist mein altes Aussehen. Ich hoffe, ich hab das Ganze richtig getroffen. Dann bin ich mal gespannt. Ich hab keinen Hut. Habe ich keinen Hut? Madame ohne Hut ist doch richtig blöd. Machen wir hier irgendwie was Hut-technisch. Was mit Geschick oder so. Oh, hier Geschick. Guck mal hier. Guck mal hier. 9 bis 19. Das ist ja wohl... Das ist ja schon ganz geil. Ne? 4 Geschick drauf. Ist gar nicht so gut. Weiter blättern. Weiter. Ausdauer, Ausdauer, Glück, Geschick. Hier 3. Das wären 3 Geschick. Für 4 Gold und sich mal 0. Hier Stärke. Stärke. Braucht auch kein Mensch. Ai, 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 ai. Meine Fresse, waren das Zeiten hier, oder? Der Kollege hier. Mit seinen komischen Teddybär. Es gab doch im Zauberland noch ein Buch. Ach, die Hexe. Ab welchen Level war die Hexe? 100? Ab welchen Level war das Klo? Ach, das sind alle Sachen. Die weiß ich gar nicht mehr. Klo war ab. War nicht Klo? 100? Und die Hexe ab 75? Ai, ai, ai. Das sind alle Sachen, die ich mir gar nicht mehr gemerkt habe. Ja. Sonst. SA hüpft auf jeden Fall sehr, sehr gut. Oh, die ganzen Streams. Das wisst ihr noch früher, die ganzen Streams, wo wir SA gesammelt haben. Wo die ganzen krassen Dudes dabei waren und mir geholfen haben. Das waren schon richtig legendäre Zeiten. War cool. War cool. Da hat YouTube noch Spaß gemacht. Das hört sich total böse an. Ja, das hört sich wirklich böse an. Und wie sieht es aus mit den Videos? Wann kommen welche? Beziehungsweise in welcher Regelmäßigkeit? Weiß ich noch nicht. Aber ich kann euch versprechen, dass jetzt nicht... Ich kann euch versprechen schon mal, dass nach diesem Part jetzt nicht Schluss ist. Und jetzt wieder in 13 Wochen in den nächsten Part kommt. Oder in 12 Jahren. Das passiert nicht. Sondern es werden regelmäßig Videos kommen. Ich denke mal, alle zwei, alle drei Tage wird es Shakes & Fidget geben. So, wie es passt. So, wie ich Lust und Laune habe. Beziehungsweise, wie es zeitlich mit den Videos hinkommt. Ob mein System jetzt alles vernünftig weiterläuft. Und so weiter und so fort. Aber ich denke noch mal, alle zwei oder spätestens alle drei Tage wird es dazu was geben. Wenn ihr Bock drauf habt, natürlich. Wenn nicht, lösche ich alles, springe aus dem Fenster und nehme den PC mit. Ja. Genau. So mache ich das. Genau so. Kurz hier, Gespenst. Komm. Ja, ich kann nicht, weil ich... Jetzt ist das kacke hier. Komm hier. Komm. Komm. Baby. Für den Partbetten. Baby. Baby. Ich muss noch rennen. Die Kiste. Schafft man den nicht mit dem? Das ist doch kacke hier. Warum geht das nicht? Meine Fresse hier. Meine Fresse. Weißt du was? Werde ich mir kurz hier noch einmal den verlängern. Zweimal. Und noch kurz Waffeladen reinrotzen. Irgendwas gönnen oder so. Das würde sogar reichen, wenn ich einfach... Wenn ich einfach... Ähm... Skille. Oder? Das sind schon wieder hier... Das sind Sachen, die sind so gut, was ich hier mache. Das ist unfassbar gut. 18 Gold. 18 Gold. Das ist natürlich schon wieder nach Hausnummer. Meine. 18 Gold. Sheet. Sheet. Egal. Ich würde sagen, wir sind es gleich wieder. Äh... Wenn ich genug Gold habe. Genug geskillt habe. Und ich so nubig reinge... Ne? So nubig. Nubig. So nubig nubig bin. Dann sehen wir uns wieder, wenn ich den Dungeon schaffe. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und ich würde mal sagen, diesmal klappt es doch, oder? Ich hoffe, es passt wieder alles hier. Von der Aufnahme. Test, Test. Alles klar. Ähm... Wir haben 15 Gold. Beziehungsweise ich habe 15 Gold. Deswegen zähle ich jetzt ein bisschen rein hier. Und das machen wir kurz hier. Da. Dies. Das. Ananas. Reingeballert. Bis zum Gehtnichtmehr. Läuft es auf jeden Fall. Dann gehen wir in den Dungeon. Und dieses Mal werden wir das Gespenst. Beziehungsweise doch das Gespenst schaffen. Jawohl. Erster Try. War gar kein Ding für den King. Auf jeden Fall richtig nice. Ich habe gerade, glaube ich, die... Das Programm nicht an, um nice zu machen mit der Taste. Egal. So, äh, ja. Da gamben wir sogar schon. Schaffen wir den zweiten Kollegen auch schon? Oh, 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 oh. Gibt es sogar ein Doppel-Dungeon-Action-Party hier, oder was? Das muss ja mindestens dann auch die doppelte Anzahl an Likes bekommen, dieses Video, oder? Hm. Fast. Fast. Sehr gut. Gute jetzt auch Daumen. Bekommt sogar hier einen Stärkerring, den wir nicht brauchen. Sehr gerne, den brauchen wir. Und ich will sagen, ich werde jetzt hier weiterspielen. Den Dungeon zu Ende zocken. Und dann werden wir gucken, wie es weitergeht auf jeden Fall, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich auf jeden Fall wissen mit einem Daumen nach oben. Das würde mich freuen. Seid ein Haufen Supernasser Boys. Reingehauen. Bis zum ersten Mal. Und Tschüssi. 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 Vielen Dank.